so willkommen bei einer neuen folge let's play together battlefield 4 wobei das eigentlich gar kein let's play together ist das wird sondern eigentlich nur ein let's play wobei das nicht mal wirklich let's play sein wird das sind let's play fail let's fly also die sache ist die also der sebastian ist mit dabei im teamsweek macht aber sonst auch nichts spielt nicht und ich hatte einfach mal da jetzt in die kinder da ist irgendwie premium hat und ich will china rising spielen bin ich die einzige die spielen kann dann habe ich mir gedacht ich spiele einfach mal also eben war ich besser ich teste mal den modus luftüberlegenheit und ich merke dass das schlecht ist hey dennis ist auch mit dem teamspeak hi dennis weil ich mit teams account aufnehmen ich spiele gerade battlefield 4 ich spiele luftüberlegenheit aber ich glaube ich bin schlecht alles dass das die modus war ich gar nicht ich bin nicht voll scheiße ich hab ein fahrzeug getroffen ich hab's getroffen ich hab etwas getroffen egal in 64 gegen eine 32 gegen 32 leute spielst und dann nur mit jets ist es ich bin ja nicht mit 33 oder 23 43 spiele mit zehn leuten oder so so ja ich bin auf dem vollzeuge gewesen 64 leute ja das problem ist ich kann ich gar nicht alter ich kann auch gar nicht ich kann auch gar nicht ich kann nicht fliegen das soll auch eine ganz kurze runde werden und zeigt den leuten die luftüberlegenheit ist auf der seidenstraße das ist voll lustig okay hey ich übernehme was ich übernehme was ich sterbe ich hab's übernommen ich hab was übernommen ich schieße das spiel ich treffe auch mal ich hab's euch schon mal geschafft jemanden zu treffen aber wie hat man denn andere waffen und wieso werde ich gerade getroffen also man hat doch andere waffen dachte ich dann musst du besser mit jets spielen dass du punkte ist okay also level keine ahnung ich kann den scheiß nicht hast du prämium natürlich ist jetzt ja oder nein klar irgendwer muss ich reparieren ich brauche ein ich bin tot ich wurde eiskalt umgebracht das ist so schrecklich ich kann nicht fliegen ich kann das einfach nicht jemand soll mir das erklären hey community falls irgendjemand sieht erklärt mir wie man hier fliegst du mit tastaturen maus ja mit joystick habe ich nicht hingekriegt ich wollte gerade sagen das ist der fehler mit tastaturen maus ja aber ich habe joystick nicht hingekriegt anzuschließen ach so aber bei mir geht aber ich fliege ich fliege eigentlich auch helikopter fliege ich mit tastaturen maus ja hier gibt es irgendwie kein heli gibt es nur jet okay wo bin ich denn jetzt ich check das doch gar nicht mal guck mal wo bin ich denn wo ist denn jetzt wo ist denn ja super jetzt schießt schon wieder jemand auf mich wow ich bin aus dem kampf gewesen raus hallo wie komme ich denn wieder rein hallo schleudersitz fehlfunktionär das war schon klar weiß ich fall die ganze zeit im kampf ich habe es keine fünf minuten auf dem scheiß schlachtfeld gibt es denn irgendeinen trick ist auch immer der gleiche jettner wenn ich einen mal ab also kaputt machen könnte wie geil wer das denn das spiel ist auch gleich rum ich treffe kein ich kann das einfach nicht ich soll die flares einsetzen das ist so schlecht sebastian weiß zufällig wie viele sekunden ich gespielt habe also ich mache jetzt noch eine runde ich bin viermal gestorben und habe gar keine kills ist das normal also ich mache jetzt noch eine runde denn es kommt doch auch rein da wo ich bin willst du dass sein fans antun ja natürlich ich werde es jetzt noch mal machen versuche es besser zu machen kommen doch rein ich hasse diese ich hasse ihn auch scheinbar wusste ich bis eben nicht ich hasse ihn ebelst aber ich will es mal ausprobieren ey der ist voll geil ja eigentlich hasse ich ihn nein ich finde ihn schrecklich und ich will mal einfach andere moodi ausprobieren ja wie lange dauert denn das ich finde das werden noch nicht was ist wie viele minuten habe ich gerade gespielt zwei schon wieder seidenstraße ja auch gut egal ich versuche es noch mal los jetzt sind wir von der anderen seite wow als ob das bei mir irgendeinen unterschied macht so ich fliege mal zu c c wird gleich gerade übernommen ich werde gerade angegriffen fuck you ich bin gerade in c reingeflogen sowas ans weißt du wahrscheinlich nicht aber die gebiete sind so zeppel die ne ich habe mal da ist einer die die ich einmal trifft es gibt doch ich meine es werden doch andere leute da sein die genauso schlecht sind wie ich oder schwer ernsthaft guck mal boah 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 ich bin sehr viele leute gut fliegen ich hab ich kann jet auffliegen aber nicht so gut es geht ich kann helikopter sehr gut fliegen ich bin schon wieder aus dem gebiet raus wie komme ich ins gebiet rein kommst du raus was die frage ist die gebiete sind eigentlich voll groß ja ich bin draußen ich bin gerade wieder im kampf gefallen aber ich habe ein jet getroffen warte ich habe schon 72 punkte da ist ein feindlicher jet ich mag hier gerade die leute das einzige was ich kann du machst hier ist sie gerade markieren ach so ich habe massieren verstanden ich bin gerade einem hinterher das ist mein ziel am besten rammst du ihn in den stützer ab äh ich check das mit dem fliegen bin ich so ganz ey ganz ehrlich das spiel das ist getürkt das funktioniert nicht ha jetzt bin ich wieder da da ist einer ich spiel auf einer anderen map du kannst ja nachschauen wenn du möchtest auf welcher map spielst du denn ich will hier shine a rise das ist kein shine a rise so egal ich will shine a rising aufnehmen deswegen shine a rising shine a rising ich kann doch gleich ein hand resort ist auch nicht shine a rising in die ganzen neuen maps zu gehen freue mich wenn ein heilig abend die ganze map von battlefield 3 kommen es ist ein heilig abend was heißen besitzt sehen das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden der was wenn ich im jet fliege steht dann besitzt sehen ich verstehe das nicht so ganz also gerade nicht was du meinst da steht dann irgendwann steht da immer besitzt 10 im jet also komm da ist noch einer oh nein ich werde sterben ich werde sterben es ist vorbei so kleiner rising ne jaaa ich bin tot killer 47 g er hat mich gekillt killer ich schreib mal wie schreibt man denn nochmal jeden mit j ne ey du arschloch ich kann nicht fliegen wie geht das jetzt werde ich mich schon ausfüllen dann würdest du dir sagen flieg mit dem gamepad so komm da ist noch einer den treffe ich jetzt nein treffe ich nicht durch die seitentrat ich ich es gibt bestimmt kein mensch der schlechter ist als ich das ist das ist grottenschlecht wow ich habe meinen gewinn erobert und wow ich habe kill hilfe bekommen ich habe eiskalt die kill hilfe bekommen wie geil ist das denn kill hilfe gilt als kill nein nein nur hilfe zählt als kill heißt hilfe kill also zählt als kill aber kill hilfe zählt als hilfe von einem kill verstehen sie ich habe einen freundlichen jet gesichtet also ich kann wenigstens gebiete übernehmen das tue ich jetzt auch aber warum lebt ihr die map nicht ich habe gebiet neutralisiert und bin dann in zeppelin reingeflogen wieso dauerten sie rund jetzt so lange kommst du zu mir rein nein die schauen gerade auf dem anderen server ne arschloch die verbindung wird hergestellt ich habe den feindlichen jet in eurem einsatzraum gesichtet ich will dem daniel den daniel nachmachen auch hier so ein let's fly machen aber so let's fly let's fly der daniel hat doch auch so ein spiel so eine runde mit planet site gespielt let's fly ey das ist ich kann nicht fliegen man ich kann mir vorstellen dass ich mal die kampagne durch let's play für euch geht nicht ich wollte es ja machen das ging nicht weil youtube gamer und sony entertainment keine ahnung ne nicht sony die ea sich bei uns beschwert hat geht nicht tja danke gamer ne schräg schräg fick dich du bütze ey das gibts doch nicht ich sterbe die ganze zeit ich bin jetzt fünfmal gestorben ich habe gar keinen gekillt aber ich bin nicht die letzte auf dem server das soll schon mal was heißen egal das lustige runde die geht noch quasi kündchen ich gebe vollgas warte mal kurz ich bin ich such gleich einen schönen server für uns aus nein ich will nicht fliegen nein ich will auch nicht mehr fliegen ich kann nicht ich hab doch jetzt schon server ja der ist bestimmt schlecht was ist das domination eroberung was spielst du überhaupt ja conquest large alter zu zweit conquest macht doch keinen spaß oh natürlich da kannst du am besten fliegen lernen ich will doch nicht fliegen wer ist denn jetzt da und crash mich im lp dann ich mach dir grad nach grüß die leute grüße an euch ich mach grad ein let's fly ich mach grad ein let's fly komm mein team soll gewinnen das ist ein let's fail jaaa mein team hat gewonnen 1 zu 0 tickets ja gut dann beende ich mal diese blamage hier das ist ja grauenhaft ich kann das nicht ich kann nicht fliegen ich werde nie wieder luftüberlegenheit spielen das ist ein scheiß modus ich glaube auf den zweiter kommst du nicht weil da sind schon sechs plätze überlegen ja egal ich beende jetzt die party vielen dank fürs zuschauen ich denke nicht dass euch gefallen hat aber das war jetzt das fondor zu daniel's let's fly bei plan der zeit bis dahin sagt mal alle tschüss bitte tschüss tschau 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 tschau